Hallo liebe Tierfreunde, ich hoffe, ihr habt das Weihnachtsfest gut verstanden. Wir möchten jetzt fortfahren mit der Vorstellung unserer ehrenamtlichen Helfer. Die Frau Wassermann und der Herr Groß kümmern sich hier bei uns seit vielen, vielen Jahren. Um die Hunde gehen mit den Gassi, bürsten sie. Und nun möchte ich einfach mal diese beiden Herrschaften vorstellen. Hallo, ich bin die Usi Wassermann aus Gotha. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich komme schon zwölf Jahre in das Tierheim Arche Noah. Vorher habe ich in Tambachditharz gelebt und vom Berufswegen aus musste ich nach Gotha ziehen. Und mein Wunschtraum war schon immer, Tieren in Not zu helfen. Deshalb bin ich in die Arche Noah gekommen und habe da sehr viel erfahren können über Tiere. Schönes und auch nicht ganz so Schönes. Aber das ist nun mal so in einem Tierheim, mit dem man dann versuchen muss umzugehen. Neben einer beruflichen Tätigkeit in der Altenpflege, finde ich doch täglich mindestens zwei Stunden Zeit, um mit den Tieren bzw. den Hunden spazieren zu gehen. Hierbei handelt es sich um Hunde mit verschiedenen Gründen, die Probleme haben, zwecks Gesundheit, aus Altersgründen. Beziehungsweise gehe ich auch mit Hunden, wie zum Beispiel unser Cliff, der leider nicht mehr vermittelbar ist, weil er besondere Eigenheiten hat. Es gibt sehr viel zu erzählen und ich könnte bestimmt ein ganz dickes Buch schreiben über all diese Tiere, die wir schon hatten. Es gibt viele freudige Momente, es gibt viele traurige Momente und es ist nun mal so, dass man die Tiere auch bis zum letzten Tag bekleidet und es fließen manchmal viele Tränen. Und das nicht nur einen Tag. Man gewöhnt sich an die Tiere, die Tiere gewöhnen sich an Al und somit entsteht auch eine sehr tiefe Verbundenheit. Wir hatten ein Pärchen, ein unzertrennliches Pärchen, Argo und Raya. Der Argo war ein Schnauzermix und ist 17 Jahre alt im Tierheim geworden. Seine unzertrennliche Schwester Raya 13 Jahre. Und das tut dann schon weh, wenn sie das Erdische hier verlassen und in eine andere Welt übergehen. Da der Cliff, wie ich vorhin schon erwähnte, nicht mehr vermittelbar ist, versuchen wir nun doch täglich mit ihm spazieren zu gehen, um ihm noch eine gewisse Freude zu machen. Meine Lebensaufgabe ist, Tiere, die schon sehr betagt sind und auch Tiere, die kränklich sind, denen ein Stückchen Lebensqualität noch zu geben. Denn man weiß ja nie, wo haben die Tiere vorher gelebt, was haben sie durchgemacht oder durchlebt. Und somit denke ich doch, dass die jüngeren Tiere immer noch eine größere Chance haben, wie unser älteres Semester. Und das habe ich mir damals vor zehn Jahren schon als Lebensaufgabe gestellt. Die Uschi Wassermann hat mich damals vor zehn Jahren ins Tierheim genommen. Und ich habe doch Freude daran erlaubt, mit Tieren zusammen partieren zu gehen. Somit werde ich auch weiterhin, soweit es möglich ist, in das Tierheim gehen, um meine Arbeit als ehrenamtlicher Mitarbeiter fortzusetzen. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir mit unseren Tieren spazieren gehen, dass wir immer eine Ersatzleine dabei haben, immer ein paar Gummihandschuhe dabei haben und auch immer das Handy am Mann haben, im Falle eines Falles, dass irgendwo angerufen werden muss, wie zum Beispiel Cliff ist ein sehr aufmerksamer Hund. Der stöbert dann schon mal einen toten Fuchs auf oder er stöbert sehr, sehr weit draußen in der Natur ein Kätzchen auf, was sich verlaufen hat. Und dann haben wir immer die Möglichkeit, per Handy schnelle Hilfe herbeizuholen und was auch sehr gut gelingt. Zwei Sachen habe ich mir noch herausgepickt, die ich noch hier für unser Tierheim besonders hervorheben möchte. Und zwar ist das die Kombination von der Tierheimleitung, die Kombination mit den Tierpflegern und wir als Gassigänger, dass wir gemeinsam an einen Strang ziehen. Denn so können wir das Optimalste für unsere Tiere hier im Tierheim erbringen. Ganz besonders möchte ich mich bei Katrin Scheinberg bedanken, denn sie macht das ganz wunderbar. Wenn Tiere vermittelt werden, werden wir meistens herbeigerufen, um den Menschen, die das Tier gerne mit nach Hause nehmen möchten, noch einige Hinweise geben können. Denn wenn wir länger draußen sind, kennen wir die Tiere dann besser aufgrund der Gegebenheiten. Die andere Seite ist, es ist egal, mit welchem Anliegen man kommt, man wird immer angehört und manchmal ist auch ganz schnelle Hilfe angeraten. Auch das wird sofort gemacht. Ich möchte mich dafür ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch bedanken für die Vertrautheit, die mir entgegengebracht wird. Ich darf in das Tierheim, ich darf an die Zwinger, ich darf mir meine Tiere holen, was eigentlich nicht üblich ist. Und somit ist die Vertrauensbasis doch sehr hoch und ich fühle mich dadurch auch sehr geehrt und geschätzt. Auch Carina ist ein Ass in der Organisation und das muss auch manchmal sein, denn sonst würde vieles, vieles nicht so laufen, wie es laufen sollte, wie zum Beispiel bei Weihnachtsfesten oder bei Tierheimfesten. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir sind ein ganz, ganz super Team. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Für dieses Jahr soll es erst mal von dieser Stelle gewesen sein. Wir werden die Serie unserer ehrenamtlichen Helfer im nächsten Jahr fortführen. Ich bedanke mich für alles, was bisher für uns getan worden ist. Unsere ehrenamtlichen Helfer sind eine große Bereicherung für unser Tierheim. So weiter bitte. Bleibt bei uns, helft uns weiter. und ich wünsche allen einen guten Rutsch ins Jahr 2017.